wie wunderbärchen also kacke habe ich die level noch nie gespielt tja aber muss ja auch mal geben sag mal so wir sind eigentlich vollkommen im eimer egal wenn er jetzt erschießt der ist tot wunderbar direkt auf den sunny dit was dann mit ihm ja du drehst durch wunderbar tja leute da sieht man mal man kann auch verlieren daneben kommen verarsch mich doch gleich superiös verarsch mich doch drei millimeter vor seine nase und er schießt noch daneben kann es doch nicht sein und wenn jetzt richtig glück haben geht es hin mit ihrer panik und erschießt uns noch gegenseitig hier sehr schön ja ich bin echt gespannt wie das hier noch weitergehen soll also ich glaube wir haben kein sunny mehr doch ein hammer noch ein sunny hammer noch aber was sollen wir mit dem deckungsfeuer geben naja ich will es nicht ob das wird helfen kann sind hier komplett umzingelt und wie ist der kuckuck ja zumindest kann man so von hinten hier abgeschossen werden wie viele punkte hast du noch das geht eigentlich es geht eigentlich auch nachladen muss auch noch doch kommen wir machen mal deckungsfeuer jetzt vor allem hier den big boss hier den kriegen wir auch nicht klein weil wir haben keine schredder rakete mehr dagegen wir haben gar nichts können wir eigentlich vollkommen knicken und seine sannis hat auch um sich herum ein hammer ausgeschaltet wunderschön aber das wird uns wahrscheinlich nicht mehr viel nutzen du brennst dich nur im winter oder wie war das so na komm macht wenig sinne ach nee ach nee so weil jetzt kommen sie natürlich alle angerückt mit 200 zombies und und wie ist der kuckuck und noch die aliens also so bitte jetzt hier schredder ding oder irgendwas rein wie du machst gar nichts also wenn man sieht 1 2 3 4 ja wunderhübsch wunderhübsch ich geh mal nach da ja und da kommen die ganzen zombiewellen ey das ist doch ein träumchen hallo darf ich die handgranate auch relativ sinn sinnig werfen so ein wenig hier fang hast du denn ja einer weniger so dass neipack könnte krippelschutz machen aber könnte zumindest ja basic nicht also wenn wir hier noch mal rauskommen dann ist das keine ahnung was glückliches können oder könnliches glücken und ich erschieß erst mal sein helfers helfer den repariert naja gut versuchen wir die taktik dementsprechend kann er nicht mehr repariert werden der super boss was machst du denn denn du lass ich geh mal ein stück nach vorne weil baum ja dann reparieren wenigstens hier mhm das ist schön ich wollte ihn gar nicht bewegen ich wollte ihn nur anvisieren aber ja was soll's ist ja jetzt eh wumpe 99 prozent ja basic nicht können bei dem monster schaden machen und gegen eine maschine neuner krit ich weiß nicht explodierst du wenigstens nö lebt auch noch weiter ja warum auch nicht komm also zwei haben wir heute schon wieder verloren also wenn das so weitergeht haben wir bald keine rekruten mehr müssen wir neue bestellen aber es ist ja auch nicht auf einfach sondern eben auf etwas schwieriger aber mittelschwer und und zermatert ein so extremst komm ja neuner krit junge legt mich doch an der füße so sorry aber wir haben schon nicht eine starke rüstung und 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 ich weiß nicht christus mit einer pistel hin ich weiß nicht wie was schaffen wollen aber ich weiß nicht ob es seitlich auch mehr schaden bringt nach scheiße der fliegt ja auch noch eine luft der mit das habe ich jetzt nicht berechnet aber erst mit der stärksten rüstung überhaupt weil er ist nun mal vor der freundler und davon haben ein zombie sechster krit und was haben wir davon nichts so lentulus dann kommen wir ja drohne zerstört ja sehr schön ach du musst auch nachladen super dabei ist da hinten noch eigentlich was drinnen aber naja was soll's ich hoffe die pistol reicht drei kritisch und alle und ralala und man kriegt sie nicht nie gemetzelt ne ist doch wirklich ein traum ein traum was hier geschieht so stirbst du jetzt endlich boah geht doch man meine güte meine güte so und nö keine ahnung würde sagen wir bleiben hinter der deckung halbwegs warum kann ach das war der zweite akt schon mal ist nun kaputt ach du schande guck dich das an das habe ich auch noch nicht gesehen hallöchen ja komm ey wie weit willst du noch rennen hä so das wusste ich noch nicht aus den zombies wieder die viecher werden das ist ja der größte hammer ja heile ich mich selber oder erschieße ich ihn ich versuch's mit heilung oh man oh man oh man das bedeutet wir haben nicht nur zombie wellen nein jetzt jetzt werden die alle zu den viechern die nicht äh ja allzu leicht zu bewältigen sind so du versuchst mal nachzuladen ja toll freut mir sehr ach du ich ich eigentlich vollkommen egal ob ich mich jetzt hinterher die deckung stelle oder vor es ist ein nahkämpfer die letzte granate die wir überhaupt haben glaube ich obwohl sie kann zwei die liebe sunny kann sogar zweimal granate werfen so ähm außer dir ist keiner mehr dran ne dann kritten wenigstens hei die witzgei das gibt's doch nicht mehr hier so so jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen zusammenraffen boah sprinten kannst du grad nicht ne aber feldposten mitziehen sooo sunny hat noch wieviel leben sieht auch nicht wirklich rosig aus komm mal hierher ich hoffe lentulas kann noch ein bisschen heilen wunderbärchen so dann machst du glaube ich du hast ein ziel ach er da drüben ok dann hau drauf jawoll boah alter schwede als nächste mal ne leute da sind mir die zivilisten sowas von scheißegal sorry aber äh wirklich da ist mein eigenes teamleben wesentlich äh sinniger weil wir haben schon wieder zwei leute verloren das kann's nicht geben das kann's nicht geben ach bin janschen stinkig ja scheiß aliens was soll denn das äh mensch ist das doch nur ein spiel ja aber trotzdem meine liebsten hier verlieren immer das geht doch nicht boah ich brauch bessere rüstung hab ich so den eindruck aber der crazy der crazy freak ist der einzige der einzige der ja toll da freut mir doch boah Lentulas ach ne Lentulas ist gefallen und Gregor ist gefallen Appel aus ja ja bestätigen du bist jetzt Major freue dich deines Lebens du hast es geschafft ich dachte eigentlich ich verlier gleich die ganze Truppe aber ne mittendrin fangen sie auf einmal an so ich schieß auch mal daneben äh ich ich weiß nicht sollte man das Spiel nicht mal auch schwer spielen einfach just for fun wie schnell man sterben kann ach ja toll freut mir sehr die Panik in Kanada ist um 2 gefallen schön ich mich auch boah super super komm jo bestellen wir gleich einen neuen Soldaten ich würde einen neuen bestellen danke wir können ja 99 es ist ja noch da ist ja noch Polen offen aber na gut so ist es nun mal im Kampf nicht jeder kann überleben und schade um die beiden es war eine schöne Zeit mit euch obwohl mit Gregor war es ja extrem kurz ja aber so ist es nun mal im Krieg und ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen ich bin extrem selbst äh ja wie es weitergehen wird weil wenn das so weitergeht dann habe ich bald keinen Bock mehr so aber egal juti also denn bis zum nächsten Mal see you later bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal � deben